Katalog Nr. 333, L.I.M. Noel, eine sehr frühe Lexor-Tochter aus der bekannten Ramos-Tochter Nikita. Sie stammt aus einer amerikanischen Kuhfamilie und dieses Kalb GZG 145 und auch auf GTPI-Basis über 2300 notiert für genomischen Zuchtwert. Lot Nr. 333, eine sehr frühe O'Connor-Laxor-Tochter, eine well-known Ramos-Tochter von Germany, Nikita von US-Kuhfamilie, 145 für GZG und auch auf GTPI 2303. Extremely high numbers on both systems.